Hallo, grüß Sie wohl, wir sind heute auf die X-Messkung und wir gucken uns an, wie die Kongresshalle hier einmal ein Weihnachtsgummer aufzieht. Ja, wir von Nürzig wollen uns nämlich mal anschauen, was so letztlich in dem Jahr, so vor Weihnachten noch so in Kon-Richtung passiert. Ja, und da sind wir nach Coburg gefahren und schauen mal an, ob die Weihnachtsstimmung hier auf der Kong auch wirklich gut übertragen wird. Ja, und da sind wir nach Coburg. Ja, und da sind wir nach Coburg. Ja, und da sind wir nach Coburg. Untertitelung. BR 2018 Die Xmas Con ist eine kleine kuschelige Con. Das heißt, wir haben einen Bühnenraum, da passiert dann alles andere drumherum. Da sind Händler, da sind Künstler und das wirkt nicht zerrissen, sondern ist eben schön kompakt. So hat man alles auf einem Punkt und kann alles auch schön abgrasen. Das heißt, man wird die ganze Zeit von Entertainment auf der Bühne beschallt und kann gleichzeitig noch, wenn einem das zu langweilig ist, dann eben rundherum gucken, was da noch so alles ist. An sich würde ich sagen, gerade weil es eben mit dem Weihnachtsthema hier alles schön harmoniert, kann man dieser Con auf jeden Fall einen Besuch starten, denn es ist am Ende des Jahres und nochmal eine Con mitnehmen, das gäbe ich mir. Deswegen, klar, immer her damit. So Sascha und jetzt auf nach Hause. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.